moin moin leute was geht da und willkommen zu einer weiteren folge und endlich mal wieder gangster wege warum nicht ne ich werde auf jeden fall mit den Hohen machen so Pude wie ich bin so so und dass wir uns geladen haben und dann gehts auch schon los hum komm lad endlich da 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 lange fällt dir auch viel später doch du So. Schnell spülen. Machen wir das rumfahren so schnell wie möglich in die Hindernisse. Stosverkehr. So. Dann laden wir das erstmal noch ein bisschen. Hm. So. Nehmen wir den Wohler von Sportwagen. Den Störer Level 1. So. 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 Das ist doch scheiße. Ich habe noch einen relativ langen Weg vor mir, Alter. Oh, ich werde noch einen Stirn bekommen, wenn überhaupt Null. Ich bin gleich tot, so ein Tag, siehst du. Verdammt, ey. Hm, scheiße. Wie egal, gucken wir erstmal, was wir noch so schönes Mission haben. Diese Mission kann man ja immer noch mal machen. Dann googeln wir erstmal, so. Was haben wir hier? Aufstand in der Fabrik. Machen wir den. Ich will so schnell wie möglich alle Feinden lassen. Kein Überleben übrig. Er reicht vier Stellen, um diese Zone zu aktivieren. Starten. Bereit. Leichtes Maschinengewälde Level 1. Nein, werde ich aber nicht haben. Aufstand in der Fabrik. Gucken wir uns noch nicht an. Bekämpfe und überlebe feinliche Wellen. Bekämpfe und überlebe. 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 Sorry, dass wir jetzt leise den Video konzentrieren. Wo kommen die nächsten? Ich bin auf jeden Fall die One-Heads, deswegen nutze ich die gerade. Die drei abgeschlossen werden auf jeden Fall keine vier Minuten. Okay, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich immer gut am rasieren, ne? Okay, die ist auch kleiner geworden, aber das macht man ja nicht, hier habe ich die geile Waffe. Okay. So, umhin zwei Stunden, ne? Yay, neues Level. Tod. Ich habe mich gerade getötet, ich bin jetzt so stolz auf mich. So, das war's aber auch schon wieder für diese Folge und lasst mir wetteln, da vielleicht auch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und das war's und jo, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao. Tschüssi. 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 Tschüssi.